herzlich willkommen hier auf meinem youtube-kanal von drift zur yoga freue mich dass wir ihm so endlich leben einhauchen mit ganz vielen videos tutorials und hoffentlich ganz viel inspiration für euch wir wissen dass die yoga praxis dies so ganz vielfältig und da geht es nicht immer nur um die yoga haltungen trotzdem möchte ich gerne in der asana praxis anfangen denn ich bin neben einer yogalehrertätigkeit eben auch eine osteopathin befindet mich in der ausbildung zur heilpraktikerin und mir ist es einfach wichtig den körper und auch die gesundheit als ganzes in die yogapraxis mit einzubeziehen im yoga kümmern wir uns ganz besonders darum dass man körpergefühle entwickeln sensibel waren zu den bedürfnissen unseres körpers und wenn es jetzt bestimmte bereiche gibt die vielleicht immer so ein bisschen ziehen und zwicken oder die mal einfach unsere schwachstellen sind dann möchte ich mit diesen ersten videos in nächster zeit einfach euch helfen wieder selber für euch in die mobilisation gehen könnt wieder diese bereiche integrieren könnt und dann wirklich so aus einem festen fundament in die große asana praxis gehen könnt dass der anleitungen habt wieder kleine kurze sequenzen täglich einbauen könnt um euch vielleicht gerade so in der frühmorgens nach dem aufstehen in einen vitalen energetisierten körper zu bringen das wäre so meine intention für die nächsten videos und ich freue mich ganz besonders darauf mit euch zu üben ihr könnt mir schreiben ihr könnt mit mir kommunizieren wenn es irgendwie anregungen gibt oder dinge die da braucht aber natürlich sollen diese videos keinen arzt oder therapeut ersetzen es geht einfach darum körpergefühl zu entwickeln und unseren körper und uns ins wohler gehen zu führen und das wäre die intention hinter diesem kanal insgesamt ich freue mich auf schöne momente zusammen bedanke mich fürs mit üben namaste